Nürzlix Jürgelsack, ja ja genau, stimmt, ich hab mir das Haus gekauft Ja, ähm, hallo, wie sind Sie? Echt ein schönes Fernsehprogramm Könnten Sie bitte schön aus meinem Haus rausgehen? Ja, so, nachdem ich jetzt 8,5 Wochen nicht mehr aus dem Haus rausgegangen bin, bemerk ich jetzt erst einmal, dass da ein Wirtshaus steht Ein Riesen-Schettel, da hinten steht wahrscheinlich eine neue Werkstatt Ging als Pitschen weg von mir Au Ein Pfeiler machen Ging als weg Wie kann man ein Mensch am Pfeiler überleben? Ging als weg Ging als weg Ging als weg So Fisch Das heißt nicht Fisch Ja, vor allem Abend dann Fisch Das nicht verliere ich So, ein bisschen Alkohol So, ein bisschen was nachdrinken Ja, äh Ist das beruhigend? So, ein bisschen wie geht So, ein bisschen wie geht Hallo, könnten Sie jetzt bitte aufhören zum Schießen, Ihre Polizei? Du Spacko! Ah, ok Ok Gott sei Dank hat mein Bruder ein Auto Das ist der einzigste normale Mensch, der hier in einem Rürf steht Für wenigstens Auto, Hütte, Brutz und Radio Das ist das Staatseigentum Ich muss wieder neue Hütten Servus Mogos Servus Servus Hallo Hey, ich schießt Sie auch nicht auf dem Bitte von dem Tresen weg Der Markus hat kein Geld Gell Markus Ich bin nicht arme Sau Meine Frau Ich krieg keine Renten nicht Ich krieg keine Renten nicht Ich krieg ja sowieso schon zu viel Geld Keiner weiß, dass ich da arbeite Ich mach Schwarzarbeit Und ich krieg keine Renten Gar zu viel Nix Ich kann mir nicht einmal ein Packel Toast kaufen Wissen Sie, wie ein anderer herbiert ist? Äh, mach ich mal Raus aus dem Auto Oh nein, er ist nicht So weit Ah Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Was ist das denn so drew Ich hätte auf dem bügel keinen Mini Hab ich noch nie gesehen Und ich wohn schon seit Jahren Da muss ich auch in die Ich muss mal jeden einordnen in diesem Dorf anschauen Schauen wir mal da rein Oh ja Ja das ist ja nichts drin was ist das hinter der christen muss man so mit kaputt mal keine kaputten und scheiße scheiße die bürste die erste küsse ich bitte sie allerdings trotzdem dass sie ein bisschen entfernen dringend kann irgendwelche bomben sind okay dann geht es nicht das ist ein atom das sieht man echt nett dass jetzt irgendwer verletzt wird ich hoffe dass ich das ding einfach irgendwie weg zu trinken zwei helikopter gehen ganz bitte darunter ich schwere es nicht das ding explodiert und sie sind tot sie sind ausgelöscht man findet man überreste gingen sie bitte weg aus dem haus gingen sie in einer haus gingen sie ganz weit weg von mir dass er zum flughafen motor sonst glaube ich sicher bitte gehen ganz einfach weg da hoch zum flughafen ja bitte ging es einfach weg ich möchte ich möchte nicht dass sie irgendwie verletzen okay das tut nichts okay man das ist ungefährlich ist sie kennen doch mit mir okay das ist gut das ist unbedingt durch im wind das ganze schild bei frotzen geht kaputt